1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh Mann, Jana sieht echt gut aus Und ich mag die Jana Aber leider ist auch echt hübsch Was redest du? Du bist mit Jana zusammen Hallo zusammen Hier ist eure neue Cheerleaderin Was? Woher hast du das Kostüm her? Schnüffelst du etwa in den Spinden anderer Leute rum? Das Kostüm ist nicht dein Richtig, du bist nicht in unserem Team Ich bin auf diese Schule gewechselt Und werde jetzt die Basketballspieler anfeuern Was? Du träumst? Mädels, habt ihr das gehört? Drückt unseren Basketballspielern die Daumen? Genau, ich habe zwar keinen Basketballspieler Aber dass sie in unserem Team ist, ist einfach zu viel Psst, jetzt wo ich hier bin, Jungs Werdet ihr kein Spiel mehr verlieren Wow, das gibt's doch nicht, sieh dir Knopper an Mädels, habt ihr das gesehen? Hat sie gedacht, dass sie vor unseren Basketballspielern angeben kann? Nun Kapitän, zeig mir das Training Jetzt bin ich in deinem Team Hör zu, wenn du dich nicht gut anstellst, fliegst du bei mir hier raus Und es ist mir egal, wie du in unser Team gekommen bist Ich bin bereit Hier ist kein Platz für schwache Mitglieder Pass auf, das wird hart Nun Mädels, sollen wir mit dem Training beginnen? Basketballspieler, viel Spaß! Okay, auf geht's! Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Knopper, geh bitte nach hinten Knopper, nimm deinen Platz hier ein Knopper, nimm deinen Platz ein Hey, lass mich los! Ich stehe, wo ich will Und das ist vorne Knopper gehört da echt nicht rein Ja, das stimmt Wie ist sie eigentlich hierher gekommen? Ich glaube, ihre Oma ist die älteste aller Cheerleader Mädchen, lasst euch nicht ablenken Und eins, zwei, drei, vier, fünf Artyom, ich bin so froh, dass du mich zum Abschlussball eingeladen hast Meinst du, ich bin glücklich damit? Es ist nur so, dass ich kein anderes Date finden konnte Artyom, komm her, schnell Wir müssen diesen Walzer einstudieren Um die besten Tänzer in diesem Raum zu sein Los, komm! Patrick, ich bin so froh, dass wir auf dem Abschlussball zusammen tanzen werden Ich bin auch sehr froh darüber Autsch, Artyom, pass doch auf Wenn du mich auf den Ball so schubst Bist du nach einem Knipser ganz schnell nicht mehr auf den Ball Verstanden? Verstanden? Wir machen sowas nicht Susa, beruhige dich Das ist noch nicht der Abschlussball Susa, der Abschlussball ist in zwei Monaten Wir werden alles lernen und dann gut tanzen, okay? Übt weiter Ich will nicht, dass mich jemand beim Abschlussball schubst Ist das klar? Artyom? Kusa, lass uns weiter tanzen, komm Okay, Artyom Hör zu, Patrick Lass uns anfangen, Walzer zu tanzen Nein, Marussia Ich mag den langsamen Tanz wirklich Oh, was machen die denn hier? Kusa, der Ball findet Walz statt Sie proben schon Und mit wem sollen wir zum Abschlussball gehen? Ich werde versuchen, Diana um ein Date zu bitten Du solltest eine andere suchende Ja sagen könnte Was ist los? Probt ihr gerade? Sieh dir mal diese Paare an hier Sie passen gut zueinander Ja, passt total perfekt Bist du neidisch oder was? Wir haben die Mädchen und ihr nicht Na, und? Kustia? Du wolltest ja nicht mit mir tanzen Jetzt tanze ich mit Artyom Kusa, sieh ihn nicht an Sieh nur mich an Tima, pass auf, dass du nicht sabberst Ich werde mit Patrick tanzen Oh, Mann Für wen halten die sich eigentlich? Kustia, schau dir diesen Tanz mal an Das ist nicht tanzen Das ist eine Schande Los, gehen wir, Dima Oh, Mann, Dima Was ist, wenn sie hier nicht herkommt? Das wird sie Sie wird sich weigern, wenn ich sie darum bitte Aber sie hat nichts dagegen, wenn du es tust Okay, los geht's Aber ich bin mir nicht sicher Kustia, du solltest sie nur sagen, dass das wichtig ist Okay, ich mach ja schon Wow Oh, eins, zwei, drei, vier Oh, eins, zwei, drei Kustia, was willst du? Kustia, kurze Störung Kommst du mal kurz her? Warte mal, Kustia Gut, Mädels, nicht aufhören Üb weiter Fangen wir an Eins, und zwei Hallo, du bist nicht der Kapitän Nimm deinen Platz ein, schnell Hast du das gehört, Knopper? Nimm deinen Platz ein Also, lass uns weiter üben Eins, zwei, drei, vier Wow Was willst du? Komm schon, du hast eine Minute Zeit Eigentlich muss ich zum Training Ist nicht meine Schuld Eigentlich war es Dimas Idee hier Verdammt, Dima Es ist Trainingszeit Und du rennst hier herum Und lenkst mich ab Was willst du? Nun, Diana Du weißt, was der Abschlussball in zwei Monaten ist Und ich ein Date brauche Diana, bitte sei mein Date für den Abschlussball Bitte, okay Ach du Scheiße, Dima Hast du den Verstand verloren? Hast du beschlossen, mich von meinem Training abzulenken Um hier ein Kniefall zu machen Und mich zu fragen, ob ich dein Date sein will? Dima, das kann ich nicht tun Du weißt, dass ich Smile's Date sein werde Diana, was macht das schon, mit wem du gehst? Du kannst mit Dima gehen Smile wird ein anderes Mädchen finden, das ihn begleitet Es wird kein Problem sein Was meinst du damit, dass Smile eine andere Frau findet? Hast du vergessen, dass ich seine Freundin bin? Oh Mann, Diana Ich bin hier auf die Knie gegangen, okay? Ich flehe dich an Smile macht nie irgendwas Gutes für dich Oh wow, was ist hier denn los? Diana, sag mir, was ist hier los? Smile, die Sache ist die Schau, Dima ist sogar auf die Knie gegangen Er hat mich gefragt, ob ich mit ihm zum Abschlussball gehe Das ist echt nicht gut, Smile Hör zu, Dima Hast du irgendein Problem oder sowas? Wie oft soll ich dir noch sagen, dass Diana mein Mädchen ist Und mit mir auf den Abschlussball geht? Pass mich lieber nicht an Sonst kann ich noch ganz anders werden Hör zu, Dima Beruhig dich Das ist nur eine Warnung, okay? Und Kostja Hast du auch vor, mit Diana auszugehen? Oder was ist los? Komm mal, Brows Was hat das mit deiner Jana zu tun hier? Dima, ich hab dir gesagt Du sollst dir ein richtiges Date suchen Diana, was glaubst du, wer du bist? Dima wird nicht mehr hinter dir her sein Weißt du, Kostja Das war einfach zu viel Du hättest mich nicht hierher bestellen sollen Smile, ich treff dich in der Pause Hör zu, Dima Wenn du nicht aufhörst, Diana hinterher zu rennen Dann kann ich ganz andere Seiten aufziehen, okay? Was? Ich kann auch ganz andere Seiten aufziehen Verstehst du? Dima, mach mich nicht wütend Dima, komm Wir suchen dir eine Verabredung Die Beste und die Hübscheste, okay? Gehen wir Smile, pass auf Fass mich nicht mehr an, okay? Smile, wir müssen irgendwas gegen diesen Dima unternehmen Für wen hält er sich eigentlich? Ja, halt dich von uns fern Sonst reicht dein Helm vielleicht nicht mehr aus Hör zu, laber mich nicht voll mit deinem Zopf da Das ist kein Zopf Das ist ein Pferdeschwanz, okay? Leute, letztes Jahr gab's nach dem Abschlussballen Eine Party in meinem Haus Und das hübscheste Mädchen Von der ganzen Schule ist zu mir gekommen Und hat mich geküsst Wow Oh, hat hier mehr auf zu lügen Ja, du bist nur ein Angeber Wer gibt dir an? Ich oder was? An meiner alten Schule Wann alle Mädchen hinter mir her Und die Hübscheste wollte mich sogar heiraten, okay? Verstehst du das? Das ist so romantisch Artyem, will sie dich immer noch heiraten? Denn ich will dich heiraten Oh, Grusha Mach lieber erstmal die Schule fertig Wisst ihr was, Leute? Es können Wunder auf dem Abschlussball geschehen Artyem, ich habe das Gefühl Dass wir heiraten werden Juscha, wir werden nur den Walze tanzen Das ist alles Susa, was soll das heißen? Du willst heiraten Du solltest erst einen Abschluss machen Und einen Job finden Und dann an die Ehe denken Ja, Marucia Das sehe ich auch so Du musst erstmal einen Job finden, okay? Und dann heiraten Diana, ich möchte, dass du mir den Trainingsplan schickst Damit ich nichts davon verpasse Hör zu, Knöpper Wenn du das Training nicht verpassen willst Dann schau auf der Schulwebsite Nach dem Thema Cheerleader Da steht alles drin Ich bin dir nichts schuldig Ich möchte aber, dass du es mir schickst Oh, sieh mal Da ist ein neuer Aushang Achtung, das Cheerleader-Kostüm ist verschwunden Falls jemand etwas weiß Darüber informiert bitte den Direktor Mist Diebe sind in der Schule Wir sollten auf unsere Kostüme aufpassen Oder sie nehmen meins auch mit Ich frage mich, wer das getan hat Ich frage mich, wer das sein könnte Es ist wahrscheinlich das Mädchen Das unbedingt Cheerleaderin werden will Und dieser Mädchenname ist wahrscheinlich Knoppa Ja, Knoppa Hör zu Mädels Lasst mich in Ruhe Ich hab dieses Kostüm von Ja, ja, ja Mädels, beruhigt euch Ich werd's erklären Ja, bitte Na, dann sind wir ja gespannt Auf deine Erklärung Warum schreit ich denn so? Der Direktor hat euch gebeten Leise zu sein Warum wir schreien? Es ist nur so, dass es einen Dieb In unserer Schule gibt Ja, Knoppa Lass uns ins Zimmer der Direktorin gehen Okay, okay Ich hab's Hört auf zu schreien Ich hab einen Vorschlag für euch Wow, Jungs Habt ihr das gehört? Footballer, habt ihr das gehört? Sie will einen Deal machen Jemand will die Direktorin nicht treffen Uh Was ist passiert? Ja, sag's uns einfach Hey Leute, könnt ihr uns allein lassen? Das ist nicht eure Angelegenheit Nein, nein, Knoppa Wir werden vor allen Leuten reden Ja Ja, wir wollen's nämlich auch wissen Aha, ich verstehe Tja, Mädels Ich weiß nicht, ob ihr's wisst Aber meine Oma ist ein ausgezeichneter Cheerleader Ich kann sie fragen Oh ja, oh ja Ausgezeichnet Mädchen Ihr solltet mir glauben Wenn ihr es der Direktorin nicht sagt Kann ich sie bitten Euch die Kostüme aus der höheren Liga zu geben Knoppa, warum sollten wir uns auf deine Worte verlassen? Mädchen, seid still Knoppa, hast du einen Beweis? Wenn du willst, kannst du mit mir nach Hause gehen Und meine Oma wird dir beweisen, dass sie die Kostüme hat Ja, das ist so ein Thema von denen Wir sind nicht interessiert daran Ja, lass uns in die Kantine gehen Okay, Knoppa Wir ziehen uns also um Und gehen dann zu dir nach Hause, okay? Ja, kein Problem Ich stehe zu meinem Wort Ja, bitte Na gut, Leute Klaut niemals etwas Das ist eine sehr schlimme Sache Gebt mir einen Daumen hoch Seid ehrlich Abonniert den Kanal Und klickt auf die Glocke Und wir gehen zu Knoppas Oma Und schauen, ob sie uns die Kostüme schenkt Ha 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.